Zu Beginn prüfen, ob die Windrose nach Norden ausgerichtet ist und gegebenenfalls durch Drehen justieren. Den Kompass entweder mit der mittigen Visierlinie oder der Anlegekante am Kartengitter nach Norden ausrichten. Nun kann die Karte mitsamt Kompass so lange gedreht werden, bis die Nadel mit Nord übereinstimmt. Untertitelung des ZDF, 2020